Heute melde ich mich mit einem Reflective Plus Quickie und stelle euch das Fahrer Hosenband vor. Zum Produkt selber gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Es ist ein Hosenband. Man wickelt es sich um die Hose und damit kriegt man keine Flecken einer Hose, wenn die Kette mal wieder ölt. Gleichzeitig hat man aber eben auch einen reflektierenden Streifen, der macht euch sehr gut sichtbar. Gleichzeitig, wenn ihr dann nachts unterwegs seid. Allerdings ist das Schöne an dem Produkt, dass es aus recycelten Materialien hergestellt wird. Ein Fahrer benutzt LKW-Plane, Bootsplane und macht somit aus jedem Band ein Unikat. Ein bodenständiges Produkt, genauso bodenständig wie Fahrer und dafür schätzen wir Fahrer. Man kennt sich seit längerer Zeit, die Wege kreuzen sich immer wieder. Es ist ein gutes Team und ein solides Produkt und deswegen hängt es bei uns hier an der Wand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.